Servus Leute, hier sind die Knochen Willkommen zu einer weiteren Folge von Dragonblood Wie ihr seht, habe ich zum letzten Mal eingeloggt am 29. Februar, heute ist genau einen Monat später, ne, heute sogar schon einen Tag später, also 31. Ne, 31. Den haben wir heute. Ne, wir haben den 30. Ah, wir haben den 30. Hier steht meine IP, also bitte hackt mich. Ähm, ja, hier ist mein Charakter, Frau Susu. Wir machen also weiter. Ich spielte meine Gila, bitte die Bauten. Ich hab ehrlich gesagt mehr oder weniger vergessen, was ich hier machen muss. Okay, gucken wir mal, gucken wir mal. Wenn du ja kriegst, als du willst, wenn du ne klickst, deaktivierst du den PvP-Schutz und kannst deine Kräfte mit anderen spielen am besten. Nein! Ich drücke jetzt hier, um die Charakter irgendwo zu öffnen. Ah ja, und da gab's noch was mit W, das war, glaub ich, ein Berg. Und rechts ins Sinne, ne? Das ist ein bisschen hochkörnig auch, Leute. Ein Kind ist der Rachen. Ach so, ja, genau. Ich musste mich ja hier... Scheiße, wie machen wir das hier oder rechts kriegen? Ich nehme das erstmal. Ne, das dauert auch noch 20 Minuten, bis ich das nehmen kann. Was hab ich hier eigentlich für den ganzen... ich weiß nicht, wie ein Krempel hier. Ich ziehe das Alkern auf die Schaukart, lass doch... die ist doch schon. Und dann hab ich hier noch so... was ist denn das? Zum Heilen, Arznei, Heilungspille... Magiepulver. Okay. So. Ach mit rechts wohl. Ne. Doppel... Ah. Verlasse das Gebiet. Fertig. Du hast deine Aufgaben beendet, du kannst nun... Ne. Dann kannst du nach... Du hast deine Aufgaben beendet, dann kannst du nach Zollenkaffe gehen, Alter. Ähm. Annahme. Bisschen komisch. Ähm. Zwischen hast du einiges gelernt, um in der Welt von Long zurecht zu kommen, also sollst du nun nach Dragon Castle gehen. Wirst du automatisch nach Dragon Castle teleportiert. Ähm. Okay. Verlasse das Gebiet. Und wir starten unser Abenteuer. Jo. Ich würde ja gerne mal... Ich setze. Hol dir die Technik an dem Ballon... Was... Und wer auch immer die sind und wo sie sind, keine Ahnung. Bitte nicht so schnell laden. Ich bin noch sehr jung, ich hab genug Zeit. Ne. Nicht so schnell laden. Hallo. Ich will mir ewig den Loading Screen angucken. Ich will den eigentlich jetzt in 30 Minuten aufzeichnen. Meiniges Stolz ergreift. Pfff. Gut, haben wir es jetzt. Okay. Nächste Belohnung, Erfahrung. Lebensblume. So. Mei, wie war denn das? Achso, also klar. Alter Mann! Geh wieder hin. Geh wieder hin. Geh wieder hin. So. Schneck den mal an hier. Erster Besuch Annahme. Wie gut steht er da. Wie gut steht er da. Sprich mit Pangu... Annahme. So, wie war denn das? Ähm... Hier, Pangu. Hier ist eine Quest überwaffen. Kann ich irgendwo woanders hinziehen? Ab zu Pangu. Da steht er schon. Clan-Anführer. Wie sich das Üler reingedrückt haben. ausdüßen. Fertig. Der ist am Sarrastein. Wo? Boah. Item-Belohnung. Transportflagge. Bereit in 300 Sekunden. Aha, aha. Du bist jetzt ein Talasin gebunden. Gut, muss ich wahrscheinlich nicht hin, oder? Gib mir mal die Quest. Ich hab mir einen Arzt. Hoppala. Entschuldigung. Was kann der? Dark Shadow. Planentierte Anfänger. Ich stand ja grad. Ach, da hinten ist ja eigentlich mein Arzt. Ah, okay. Auf zu Angie. Angie? Du solltest im Kampf gestorben sein. Ach. Ist ja interessant. Also gibt's keine Friedhof in dem Sinne, sondern muss halt wieder komplett von vorne. Von vorne, also aus der Stadt raus sein. Okay, jetzt hab ich das Ding. Hier ist mein Berg. Wo ist denn diese Flagge? Und wie wird mein Hals grad so rauf? Ja. Es tut mir wirklich leid. Aber... Hupala. Ach, der heißt Platinum. Gut, wie greift man den Quatsch hier auf? Gut, mit rechts. Ja. Okay, jetzt braucht die Level 8. Feuerwindstein. Ein kleiner Stein, der einen Funken versucht. Du verwendest ein Feuerwindstein, wenn du Elementen skits wie zum Beispiel Brut des Donuts und Feuerwürgel benutzen willst. Und also der Quatsch muss hier drin bleiben. Oh. Nun verweiblich benutzbar. Ja. Ja, passt so. Zäh. Hm. So, da ist ne Hose, die ich jetzt auf meine... Hm. Kostüm. Ähm. Klicke mal rechts drauf. Sechs Tage und etwas. Sechs Tage und etwas Restzeit. Unschlecht. So. Sehe jetzt anders aus? Warte, der hat den jetzt angelegt. Hat er gar nicht angelegt, sondern einfach nur verwendet. Äh. Schattenhose. Schön ausminder. Okay. Wie auch immer. Bisschen aufgestanden. Äh. Aufgestiegen. Aufgestanden. Aufgestanden. Ich will nicht. Schauen wir mal das auch mal zu. Und dann schauen wir mal das auch mal zu. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wo die blöde Flagge ist. Abgabe bei Pongooo. Und wir zurück hier. Grinshop. Was? Guter Software. Achso, ich habe die Flagge ja noch gar nicht bekommen. Der Universumsstein. ok wiederbeleben habe ich verstanden jetzt so universum stein ich werde dich begleiten und die helfen bis zu Level 30 erreicht habe ich auch Lebensblume an Ort und Stelle kann ich dann wieder belegt werden ja pass mal auf dann kriege ich mir diese Blumen natürlich hier irgendwo rein da ist ja noch Platz aber wir haben ja nicht so viele Fähigkeiten C6ing wie die Euter da wehnen universum stein äh der ständermis zum Beispiel universum stein klicken an benutzen wie einige Autos musst du etwas bezahlen denn nichts ist umsonst ich muss auch nur etwas nehmen ist verständlich ähm das Ding hier wo läuft die Alleen hier aha ach ne man sollte mal die Kürze bringen ok das ist also fast wie so eine Art Portal ja wie so ein Portal im dem Sinne so wieder Lebensblumen dazu bekommen das Lager ok zu verschiedenen Stellen haben wir gesehen das ist ein bisschen zugequetscht hier irgendwie so du hast bestimmt eine Menge Gegenstände im Inventar ne auch eigentlich nicht ein Lagerspion was ist das denn aha wof auf 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 So, ähm, wo ist er? Da. Das Lager, fertig. Eventuell bekommst du dir die Gegenstände. Was? Die Gegenstände zu verstauen. Sie können dir auch helfen, ein Inventar oder ein Lager zu erweitern. Also benutzt du einen Zusatzbeutel oder ein Zusatzlager. Okay. Und wieder zu Pango. So, ich will mal reingucken hier. Lager. Okay, ja, wie benutze ich den Crample? Also wahrscheinlich kann sie mir noch nichts anzeigen, weil ich diese Beutel oder so nicht habe. Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Das ist jetzt hoch, da habe ich mich wohl irgendwie verklickt. Oh, oben. Ups. Ähm, das Lager, fertig. Gib mir mal den Spion hier. Lagerhaus. Lagerverwalterin ansprechen, einlagern, beziehungsweise aus dem Lager nehmen, per Rechtsklick oder Track'n'Drop. Okay. Kampftalente-Annahme. Jetzt kriege ich hier Wolfshankette und Regensteinkette. Vergessen-Vergessen-Vergessen-Pille. Achso, dann zurückzusetzen, okay. Ähm, den Segen habe ich noch rein. Ich will noch mal kurz das Lagerverwalter aufgeben. Irgendwo hier oben war die auch. Und den Lager-Spion vielleicht noch irgendwie Lagerverwalterin, die wohl ist. Lager öffnen, jetzt geht das. Ich frage jetzt, was soll ich da reinpacken? Okay, ich habe nur einen Platz frei. Also, ein Lagerfach. Mit mehreren Slots. Nee, das macht wirklich irgendwie auch keinen Sinn. Ah. Magie-Pulver kann verkauft werden. Gut, noch ist ja nichts voll. Das spreche ich mir jetzt auch erst mal. Aber gut, so ein bisschen, wo es ist. Gut, Madame. Danke schön. Achso, diesen Lager-Spion. Den sollte ich mir vielleicht irgendwo mal hinziehen. Den habe ich noch... Achso! Kann ein Lager... Ach, den habe ich insgesamt nur 23 Stunden. Geht's mir denn immer mal ab 8 hier. Und hier gibt es eigentlich keine F9 und der F10. Wie auch immer. Wie auch immer. So. Chic-1. Scheiße, ich muss das mal tun. Der ist aber schon weiter weg hier. Das ist auch weg gemacht hier. Im Grunde hat er richtig feeling hier. Schade, dass es ihnen nichts gibt. Oder im Moment jedenfalls nicht. Obwohl die einfach mal ein bisschen schneller läuft. Meine Güte, wo ist die denn? Ich hoffe, die läuft den richtigen Weg jetzt automatisch. Oder? Ich denke schon. Dracheninsel. Kann man nicht angegriffen werden? Wie auch. Noch sehe ich. Nix. Ah, der rheine sich an. Hier gibt's eine Quest. Fast mal op. Ach, der wäre ja gewesen. Ist doch ganz komisch gelaufen. So, wir geben mal die... das ist aber Schikon. Kampftalente fertig, ok. Ja, hallo, verlohne Papiere, Annahme. Bitte bring die Papiere. Ja, wie Quests oft sind, so richtig viel lesen muss man erstmal nicht. Erst wenn man nicht weiterkommt, dann... Schikon, fertig, habe ich angesprochen. Abkörper bei Long Shower, da muss es sowieso hin. Ähm, was ist denn, was sagt er denn was? Und, äh, das Wetter ist, äh... Oh, Quests abgeben. So, das fertig, Annahme. Level-O. Kampftalente. Fütte. So, Annahme. Was gab's hier nochmal? Vergessen, Pille und... Ja, was ist das? So, bitte wähl eine Ballon. Oh, also. Rolfzahnkette. HP Ausdauer. Oder... Oder... Potenzial aussehen. Potenzial wohl eher, oder? Grundangriff. Hm... Hm... Achso, ne, die Sachen sind okay, 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 okay. Ich zieh hier teilweise nicht durch. Ja, ich hab's schon mal gesagt. Ich bin schon länger nicht spült jetzt. Zweihand, würde ich sagen. Wie vergib ich den Crumple denn hier? Ah, hier gibt's auch so Talentball, aber man weiß natürlich nicht, wo packt man hier den ganzen Quatsch hin. Aha, aha. Zwei-Hand-Basis, okay. Drachenbiss. Kann ein bisschen dreimal zur selben Zeit genutzt werden. Pandaschlag. Aha. Ich glaub, ich werd mich hier komplett verskillen, aber... Das kann ich noch nicht nehmen. Gut, ich kann erst mal nur die drei Sachen nehmen. Und dann nehm ich vielleicht ein bisschen Heilung. Oh, wir haben Taktik auch noch. Gut, ich werd wohl eher... Also Schwert und Stange und so werd ich wohl erstmal nicht verwenden. Also geh ich noch mal auf Heilung. Ja, hier. So, ich hab alle Punkte vergeben. Und offensichtlich muss ich nix extra anklicken, also das ist schon automatisch vergeben alles. Das heißt, ich muss keine Bestätigung klicken hier. Gut, ich nehm erstmal die Quests an hier. Wespenkirchen. Und ui. Grünschwert, Blutrauschklinge. Eine Level 10, Level 10. Ist alles Level 10. Man nimmt es trotzdem an. Erster Test der Talente. Ist schon fertig. Wie? Alte Pillendose. Bereit in 5 Sekunden. Eine Wundermedizin. Dein Wachstum. Ich muss erstmal hier meine Punkte vergeben. Und zwar macht man dieses, äh, hier. Ne. Status. Choli, wo war denn das? Rang war das auch nicht. Aber irgendwo muss man das hier vergeben. Achso, hier. Boah, das kommt ja auch kaum in diesem. Statur. Und, äh, Präzision. Und, äh, Präzision. Okay. So, Online-Tipp. Macht gut. Das heißt, für Stufe 10 hier, richtig? Du hast... Ja, ich hab Level 6 erreicht. Das weiß ich. Das hatte ich ja eben grad schon. Du kannst dieses Fenster nach 5 Sekunden nicht schließen. Warum? 5 Sekunden? Kann man hier sofort drauf klicken. Ich verstehe nicht. Okay, drücke K. Gut, das war also K. Kann ich nur merken. Ähm. Was macht sie für Bewegung? Was sind das für Splatter-Bute? Hm. Auch hier gibt es eine Lagerverwalterin. Und noch eine Quest. Hallo. Wie viel Quests kann man eigentlich nebenbei annehmen? Also insgesamt quasi auch nicht. Gut, das ist alles Level 10 hier. Ja, lass mal annehmen. Ohne einsammeln. Gehen wir davon aus, dass es alles bei den Westen sei. Pff. Westpens sein. Hier ist noch ein Quest. Wo befinde ich mich eigentlich? Oder bin ich da? Ne, da gibt es tatsächlich noch Quests. Mäaannnnn. Richtig viele Quests. Eine stunde lang doppelte Erfahrung über jedes getötete Monster. Aha jaijai. Okay. Bild eine Gruppe. Hä? Wirklich keine Gruppe. Keine Gruppe. G-R, G-R, G-E, aha, das ist wohl, na einfach nur eingefärbt jetzt, was für mich am einfachsten wäre. Das ist so wie bei WoW zum Beispiel, wo die Kästen auch eingefärbt sind. So, kann man ja alles gleich mal machen. Das ist so wie bei WoW zum Beispiel, wo die Kästen auch eingefärbt sind, wo die Kästen